hallo und ein herzliches grüßgott aus dem wunderschönen wolfsbach ja heute zum ersten mal mit musikuntermalung wir werden das noch herausfinden ob das gut funktioniert oder nicht ja ich möchte mich gleich zu anfang noch mal sehr herzlich bedanken für die wunderbaren kommentare so viele ich hätte ehrlich gesagt überhaupt nicht damit gerechnet dass so viele kommentare kommen und dass auch so einen ich sage jetzt mal so viele das video auch gesehen haben dann noch ein sehr sehr großes dankeschön an den lieben zordan der zordan hat natürlich hat ein infovideo für mich herausgebracht also ohne meines wissens und ich habe auch nicht schlecht gestaunt als das dann heraus war also noch einmal ein ganz großes dankeschön dafür der liebe opa hat das verschwitzt dass ich anfange videos zu machen auch an ihnen schönes danke noch mal dass er natürlich das alles hier möglich durch das drei elben land keine frage ja was machen wir heute ganz einfach und zwar ich muss einmal wolfsbach in seinen grundzügen euch noch mal zeigen wir haben hier hier herüben die kirche die keramik brennerei hier dann haben wir noch das glas die glas manufaktur den friedhof dementsprechend bleibt hier noch relativ viel platz aber wir haben dafür natürlich schon diverseste vorschläge und diverse sachen die ich mir ausgelacht habe und die werden wir gleich mal hier auf diese anschlagtafel hier aufbringen aber zuerst müssen wir glaube ich noch mal kurz schlafen gehen wir sind zwar alleine aber trotzdem schlafen ist flücht das steht in den grundregeln des treibenlandes immer schön schlafen gehen so dauert ja nur ganz kurz so sehr schön gut also was habe ich mir da jetzt hübsches ausgedacht und zwar eben noch mal für die region hier auf der unteren rechten seite hier hätte ich ganz gerne und zwar ein paar sachen hier möchte ich nämlich zunächst einmal schreiben wir sind die mitte es macht ja nichts damit man es nicht vergessen so rechts unten möchte ich gerne einen marktplatz bauen sollte relativ viel platz wahrscheinlich wird das einnehmen das ganze dementsprechend lasse ich belasse ich es jetzt einmal beim marktplatz nur wenn es sich wirklich noch ausgehen sollte was ich nicht glaube aber wenn sie sollte es ist wirklich doch noch ausgehen dann werden wir hier noch den redstone techniker hinbauen ja was was denke ich mir bei redstone techniker ich meine damit dass es ein zumindest ein haus oder irgendeine art einrichtung geben sollte im wolfsbach die sich mit redstone auseinandersetzt es ist zwar ein äußerst naturbelassenes dorf aber trotzdem dürfen uns technik natürlich nicht verweigern und so werden wir auch einen redstone techniker brauchen gut weiter geht's mit der links unteren mit dem links unteren teil hier hier ist alles jetzt schon mal vorbereitet hier unten müssen wir noch ein bisschen terraformen damit das dann natürlich schön gras und so weiter wächst hier da werden wir die wüste begrünen aber mit unserem grünen daumen werden wir das schon schaffen jo und für diese seite habe ich mir drei sachen ausgedacht und zwar schreiben wir links unten das sind drei sachen und zwar hätte ich hier gerne einen bogner also jemand der bögen baut und herstellt und repariert dann hätte ich hier unten gern einen tischler für den tischler haben wir sogar schon einen inhaber gefunden und zwar der logan vom blaubart hat sich gemeldet dass er mit seinen tischler kenntnissen sehr gerne den inhaber für die tischlerei machen würde und ja ich denke mal da spricht nichts dagegen das können wir auf jeden fall machen logan ja und ich werde dich da natürlich dann auch dann aufschreiben also auch quasi als inhaber hinaufschreiben dass du da dann inhaber bist und was war das dritte was ich gern hätte und zwar der kartograph kartograph schreiben wir es in der alten rechtschreibung so kartograph kartograph ja was möchte ich da ich möchte ich möchte natürlich eine wunderschöne karte von wolfsbach und seiner umgebung machen und da brauche ich natürlich einen kartographen der mir hier mit rat und tat zur seite steht sonst schaut das ja nichts dann gleich wenn wir das machen und natürlich eben wir brauchen eben leute die hier die gegend erkunden können und die wir vielleicht auch weiter weg schicken können damit sie den anderen bürgermeistern helfen oder beziehungsweise den leuten der anderen bürgermeister helfen bei der erkundung das soll natürlich dann eine hilfstruppe werden und natürlich für wolfsbach ein ganz eigenes schönes kapitel so dann haben wir natürlich noch zwei größere sachen und zwar hier rechts oben haben wir oh mir ist gerade etwas aufgefallen so die musik war kurz aus und zwar nochmal für so also hier oben rechts da waren wir gerade hier dieses gebiet was ich mit der maus gerade so nachfahre das ist auch ein größeres gebiet das noch nicht bebaut wurde was auch noch nicht terraformt wurde schreiben wir mal rechts oben und für rechts oben da werde ich mir den lieben fasgat noch holen weil er ist ja unser spezialist auf dem gebiet schmiedekunst und natürlich dementsprechend hätte ich dort gerne eine schmiede und zusätzliche häuser für die schmiede das heißt eine große schmiede wo jeder schmelzen kann und die zusätzlichen häuser da hätte ich gerne dass dann eben sich einer nur auf rüstungen konzentriert einer nur auf waffen einer vielleicht dann eben nur auf handgeräte wie eben zum beispiel eine achs die man im wald braucht oder für das feld eine hacke ja da hätte ich dann eben gerne diverse zweig dinge ja und natürlich ist bleibt vielleicht noch ein bisschen platz für was neues oder für was anderes aber das werden wir noch sehen so dann schreiben wir das hier darunter dass das nicht aus den augen gerät und zwar bleibt dann noch das gebiet links oben ja das ist ein riesiges gebiet noch hier oben geht bis hier runter ja da brauchen wir auf jeden fall noch sachen und für dort habe ich bis jetzt leider nur zwei sachen aber wir werden schon noch gemeinsam herausfinden was wir alles bauen können und zwar hätte ich da gerne hier und zwar also schreiben wir natürlich wieder richtig hin was ist denn hier los ob meine tastatur macht was sie will was ist denn hier los und zwar links oben hätte ich gerne und zwar einen förster ja wir brauchen förster natürlich wir sind hier im waldgebiet wir brauchen jemanden der sich für die bäume natürlich einsetzt und das ganze mitmacht so und dann wenn wir diesen förster haben habe ich ja natürlich von opa zera natürlich die fichte zentrale übernommen und die braucht natürlich auch wieder ein haus also quasi die fichte zentrale eine eine organisation die sich für den fichtenbestand in treibenland einsetzt ja und die residiert momentan noch hier in meinem rathaus und die möchte ich aber natürlich wieder einmal ausquartieren weil die quasseln mir schon die ohren voll dass ich noch mehr fichten ansetzen soll aber das brauchen wir natürlich nicht es sind genug fichten rund um wolfsbach ja aber wir werden das schon irgendwie mit denen hinkriegen und lösen ja werden uns ja nicht allzu viele probleme bereiten die jungs von der fichte zentrale so was gibt es noch neues falls ihr das video vom opa gesehen habt da leuchtet jetzt so ein wunderschöner stern über stern singen ja den habe ich gebaut für den opa also eben für stern singen auch und ich hoffe der gefällt euch ganz gut und ja das war mal eine meiner ersten leistungen für heuer für das schöne stern singen gut was machen wir heute noch und zwar ich zeige euch jetzt etwas hübsches da habe ich zwar noch nichts vorbereitet aber ich werde mit euch mal dorthin marschieren ja wie gesagt wir sind das letzte mal sehr schnell durch wolfsbach gereist hier nochmal kleiner blick an den riesigen wolfskopf den ich gebaut habe ja also ihr habt ihn super gefunden das dafür bedanke ich mich auch nochmal ich habe mich wirklich versucht zu bemühen ja ist auch ganz schön geworden muss man schon sagen ja schon ja und zwar wo wollte ich mit euch hingehen und zwar da nach hinten und zwar möchte ich euch in das winter projekt einweiten das ich eben mir für die kommenden wochen gesetzt habe also wir werden natürlich auch noch nach stern singen reisen gemeinsam damit wir auch stern singen nochmal sehen aber zuerst möchte ich euch dieses kleine projekt kleine ist gut dieses kleinere größere projekt für vorstellen was ich hier noch vorhabe also wie ihr seht habe ich hier einen eingang daraus gezaubert also es ist quasi ein durchgang an die hinterseite und hier soll dann etwas neues entstehen ich zeige euch jetzt nur mal wie das von innen aussieht ja das sieht natürlich jetzt ganz schön leer aus aber es ist wie gesagt es hätte so viel rohmaterial verschlungen das auch noch innen zu füllen ich wollte es mir einfach nicht antun aber es kommt sowieso hier eine wand davor das heißt man wird das ganze sowieso nicht mehr sehen und dann wird das schon ja ja der drückt sich schon wieder vor seiner aufgabe mhm ja ja so ist der Gärtner der will keine Erde hier verschwenden auch kein Sand jo und auch natürlich nicht so viel Zeit das würde natürlich auch dementsprechend Zeit kosten ja ausgeleuchtet ist es können ja keine Monster hier spawnen gut ich zeige euch das auf der auf der Karte wir haben hier mal in Tomcat sein Ausgrabungslager und hier wird wahrscheinlich auf dieser kleinen Insel inklusive dieses Ausgrabungslagers das ist Tomcats Bereich da habe ich euch auch noch etwas unterschlagen wenn wir nämlich diesem Weg folgen dann kommen wir zum eigentlichen Hafen von Wolfsbach der hier bei der Kirche hinaus führt und dann hier herunter ja hier in diesen Hafen hinein damit ich natürlich auch mit einem offenen Meer verbunden bin der hier beim Ufermann vorbeiführt ja denn hier innen bei meinem kleinen Gebiet bin ich ja nur mit dem Vulkan verbunden und dementsprechend nur mit vier Ortschaften also meiner selbst Wolfsbach hier drüben mit Hunsgrab Moabrück und natürlich mit dem Hexenhafen wenn man hier hinein fährt kommt man zum Hexenhafen hinein zum lieben Zorda ja dementsprechend wird hier zum Projekt zu kommen wird hier eine kleine nicht allzu große Festung entstehen wo der Wolfskopf eben den Eingang bildet das Ganze wird eine Art Berg werden rundherum also ich werde das hier noch in einen riesigen Berg verwandeln oder wird gemeinsam besser gesagt und darauf wird dann noch eine kleine Festung entstehen die muss nicht allzu groß sein mir geht es eigentlich mehr darum dass ich keine große Militärmacht bin und natürlich bis die Hunsgraber hier ihre Militärmacht herausschicken oder der liebe Delfino oder der liebe Zorda mir Seitendeckung geben können im Fall der Fälle muss ich natürlich meine Bürger irgendwie beschützen und das werde ich dadurch hier schaffen hier kommt noch ein Fallgatter ein ordentliches natürlich mehrere damit wir wirklich hier alle Feinde abblocken können momentan und dann ist für den Moment Wolfsbach sicher das ist mir natürlich wichtig und dementsprechend werden wir das auch hier gestalten das ist auf jeden Fall einmal die Ankündigung natürlich für das nächste Video weil dann werde ich mit euch hier anfangen das zu bauen einmal den ganzen Terraform Sachen anstarten da werden wir viele Kisten benötigen, viel Schaufeln und 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 wir werden Erde uns holen müssen da werden wir den lieben Tomcat fragen und apropos Tomcat, wenn wir hier schon vorbeilaufen der liebe Tomcat hat bei mir einen Baufehler gefunden und zwar hier und hier hätte ich ja eigentlich noch so einen zwei Stufen hinklöpeln sollen das ist jetzt der Block der Schande ein Baufehler entdeckt vom lieben Tomcat danke nochmal Tomcat für diesen tollen Baufehlerfund ja, ich werde ihn in Ehren halten deswegen auch dieser Sandstein ja, er wird mich erinnern zukünftige Projekte besser zu begutachten bevor ich sie jemandem zeige ja, ich habe natürlich dann gleich alle anderen Brücken überprüft es passt soweit aber ja, danke nochmal lieber Tomcat aber zu diesem Zeitpunkt habe ich mich ja schon revanchiert ich habe mir eine große Fichte gebaut eine schöne Tanne, merke es besser gesagt keine Fichte und die wir dann mit euch in seinen nächsten Folgen natürlich dann auch schmücken gut soweit dann haben wir das mal und wie gesagt wir werden das ganze dann beim nächsten Mal erst so richtig anstarten ja, und da deswegen werde ich das Video auch an dieser Stelle schon mal beenden ja, wieder da wo wir angefangen haben beim Rathaus von Wolfsbach damit wir auch langsam aber sicher die einzelnen Gebäude werdet ihr noch näher kennenlernen mit mir wie gesagt, wir schauen uns das sowieso im Laufe der Zeit noch genauer alles an und wie das halt alles zustande gekommen ist und wie ich das alles gemacht habe, werde ich euch noch erzählen auf jeden Fall und bis dahin wünsche ich euch noch alles Liebe es war mir immer ein Volksfest mit euch und bis zum nächsten Mal Tschüss!